. Uhr. ja, tschüss ja, schönen Abend auf Wiederhören ja, auf links läuft der was fällt nicht schon ich glaube ich werde trauen, oder ich? ich habe nur gespritzt was hast du hier noch bändet? bändet? darf ich schon finischen? schau warte 436 hab den ganzen Staff ins Auto ok? ja das war noch schön mein Sound wieso? mcloven hatte doch seine Base hier satan? was? mcloven hatte doch seine Base hier auf der neuen Insel, ne? ja, keine ahnung satan, du magst mich nicht mehr ne, ich weiß es nicht der der Südinsel normalerweise mcloven 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 die mcloven 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 Doch Nö also Lol alter wie schlecht sind die Letter out 9 SA 85 AC OG dabei Oh god die Special Force West Geil Kein Oh oh wir müssen meinen Solche gerich anderthalb jetzt weiter den Piloten abschießen können, ne? Der Juri, der die ganze Zeit da gehabert ist, weil die hatten ja den Bus da erschlossen, den einen. Und dann sind die da die ganze Zeit gehabert, aber ich hab den Piloten da drinnen nicht gesehen. Das war das, und ich wollte mir den nicht zeigen, sonst hätten die mich die ganze Zeit gejagt. Ist da einer abgesprungen, Freshspawn aus dem Heli, den hab ich erschossen. Er ist gelandet und war tot. Der die Zombies nicht mehr. Oh, da kommt ein Freshi. Wo? Der läuft ja über der Straße, da will ihn töten, da will ihn töten. Oh, über die Straße. Na ja, hier vor uns. Hä? Also, ich bin... Ja, ich seh. Ich kann mir die Balls überhinden. Da war ne Waffe. Hä? Ja, ich musste aber finishen hier. Heli, komm drücken. Der Heli startet. Hier, Level 2 sogar. Er fändet. Fändet, deswegen, ja. Immer Humanity her damit. Was ist das denn? Gar nix, Freshi. Hallo, ich dachte, der hat ne Waffe. Wann spolt man mit Map, Alter? Richtig geil, ne? Morphion, Penkela, mit allem. Was wir... In die Admins jetzt ein... Ja. Cool. Ich dachte mir, erst du kommst da angelaufen, aber der hat ja nichts in der Hand. Deswegen... Nicht mal seinen eigenen Knüppel hat er da hin. Na, Bestu liegt auch hier los. Schön. Das war der aber nicht, glaube ich. Wo ist das denn? Die Zoll ist, was denn die Zoll ist? Wie ist denn dies von uns? Ähm, wo seid ihr? Ja, ich sag. Wo genau? Oh, ich hab mir gerade eine Dose aus der Maschine. Was hast du gerade gehört? Da standen gerade oben ein Chef-Backpack. Da wollte ich dein Backpack öffnen und wollte hier diese Dose rausklappen. Ne, dann können die Zombies mehr. Muss eher gewesen sein, oder? Das kann ja nicht gewesen sein, weil sonst wären die Zombies ja noch da gewesen, als wir ihn angeschossen haben. Die beiden seht mich ja auch nicht, ne? Hä? Was? Was ist das? Natürlich, ich wollte dich nur testen. Kann ich einem was hinten reinpacken? Ne. Ja, pack sie immer rein, ich sterbe immer als erstes. Kannst du die M16 rausnehmen, wenn du rausklappen? Ne, ich wollte schnell Nupen gehen, deswegen. Ja, nimm den in die Waffel mit. Okay. Ja, die M16, du kannst doch mitnehmen. Ja, das ist ja... Eine Sekunde. Fange ich dir ein paar Kleinigkeiten rein, die dich ein bisschen schwerer machen. Na. Oh ja, was heißt denn das, wenn der Droh ist? Das ist nicht so gut. Müssen wir uns das aufsplitten. Ja. Dann nehme ich wie die 3 Reinforcing mit. Ich renne mal rein, ja. Wofür du stirbst? Ich sterbe. Ja, jetzt ist 3 viertel voll. Ich denke mal, das reicht, oder? Ja, ihr musst dann halt immer gucken, ne? Ihr braucht dann auch irgendwann eine Pause. Okay. Wie dran sehe, kann ich das erkennen? Ja, ne. Manikin daneben. Sobald das fast unten ist, musst du eine Pause machen. Give man den Military Base up. Ja, ne. Da ist mal da vorne so ein Boot gebaut. Die gibt eher. Wirklich? Hm. Er sagt doch mal den Advents. Die wissen. Warum machen die nix? Nicht bewiesen. Kannst du ja schlecht nachweisen, ne? Außer da, wenn das irgendwie eine Base in einem... Wo? Ne. Da kommt eine Folge, die geht da erst an diesen... äh... Military Stand. Gear Stand da. Den großen mit dem Netz. Wo? Da sind wir vorbeigelaufen, Kuri. Ach so, ja, ja. Und einer weiter noch im Wald. Deine M24. Ich seh den, ja. Ich seh den, ich seh den. M24? Ist da auch ne Erste? Oh. Dave. Dann haben wir jetzt ein Problem. Warum? Weil das Säcke und so sind. Was sind äh... Pudelspieler, sag ich. Wo ist der eine? Ist der oben im Teil dritt? Ja, oben im Teil ist er gestorben. Und der andere ist im Wald? Der andere läuft weiter oben. Ich lauf mal hin. Einer ist hinter dem Deer Stand Teil. Einer läuft zum Deer Stand. Wo ist denn der Deer Stand? Der Deer Stand ist Teil, wo den Typen rausgekältert. Ach so, okay. Der ist dahinter im Wald. Im Wald oder genau? Ja, links davon, den Intern ist er. Oh, fuck. Wenn ich um den, dann kümmere ich mich um den anderen. Und bist du denn bitte? Ja, ne, ne. Oh, ne. Ich bin in Höhe und 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 in Höhe. Pass auf, der zieht auf... Ja, neu. Erster Sch... Töt ihn, töt ihn, komm. Oh, Zombie, ey. Ja, ich bin gleich tot, leider. Oh, nice. Kannst du den Zombie killen, bitte? Bitte, 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 stimmt. Okay, nice. Ja. Hey. Sollte aber, glaub ich, ingame gehen. Der hat von euch kein Glück fliegen. Ich steh mal, ich mag. Juri macht das. Juri regelt. Ich ess und trink schonmal, weil ich will den keinen ess und trink in den Hals schieben. Ich will das aber überleben, ne. Das ist ne schlechte Idee, wenn du mit mir fliegen willst. Den Vorsicht will ich auch noch haben. Ich will auch mal eine 3-Winforcing behalten, um mal zuerst im Ende. Ey, ich kann wirklich nicht, also, beziehungsweise, ich hab noch nie mit der Antonov gelandet, ne. Also, ich werde ja suiciden. Kevin, kannst du fliegen? Ey, fliegen ja, wie gesagt, landen wir. Cannot fire. Okay, also, scheißegal. Ja, komm, flieg. Ejecte mich einfach über die Base, so. Ja, logisch, ich fährt ein bisschen höher. Ja, ich sag euch jetzt mal, ne, das ist schon ewig her, dass ich geflogen bin. Jetzt kann ich mehr wieder skiden. Time to say goodbye und so, ne. Wie gesagt, ich bin noch mit dem Jackband, ne. Ich glaub wir schützen, ne. Und jetzt gibt's keinen zurück mehr. Gab's hier nicht noch die Option für, äh... Wie hieß das noch? Outland. Ja, genau. Outland. Oh Gott, ja. Viel Spaß. Wollte ich schon immer mal anwenden. Wollte ich Ejecte eingepackt, ey. Ist egal. Nein, wir E-Ejected und ich Connor da. Und spring auch noch vorher irgendwo. Ja. Was machen wir dann? Oder wir fliegen erstmal ne Proberunde. Ja. 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 Jetzt machen wir hier auf einen... bar Flug. Mhm. Aber spannend. Es ist warm. Was hast du jetzt gemacht? Ingenhoff. Warum? Weil wir da was für eine nächste Runde brauchen. Wie Sprit ist denn drin? Ja, Reserve halt. Erwehalbfolgen. Und wie hessig die Bäume hier aussehen. Aber würd's ja besser mit gar keinen Bäumen aussehen. Glauben Zombies, oder was ist das? Das ist doch... Zombies? Ja, das sind Schneemänner oder so. Wir haben Kultaus. Ich glaube, wer jetzt steht. Zombies? Ja, Militärer. Wir haben. Aber es ist nur Moral. Ich hab ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Hier kommen gleich die Bäume. Die Zombies. Gibt's denn nicht ab so? Nö. Da ist die Base. Guck mal, ob dein Heli steht. Nö. Nö. Was ist besser für die? Was ist besser für die? Hm. Ja, die Frage ist jetzt, wo crashen wir rein? Oder uns liegt ein Jui. Ja, ist die Mission glaube ich... Äh, der Dingspops ja doch. Warum ist der alleine? Und was im Boot? Okay, ja. Ja. Vielleicht ist die Schildenboot. Vor links noch mehr ein. Ja, also wir werden gleich irgendwie kein Sprit mehr bald haben, ne? Mal fliegen mal Richtung Base. Oder Richtung unsere Base. Oder deine Werfel. Fliegen mal Richtung deine Base. Warum denn? Ja, dann nehm ich kein Drain-Forting. Dann laufe ich gleich aus. Ja, warte mal. Hier bin ich mal... Warte, wie bist du da? Warte, wie bist du da? Wohnt er da? Ja. Jetzt wird schon der Safe da sein. Ne, das bleibt nicht. Ich versuch mal wieder am Erfi zu machen. Und am Erfi willst du wieder landen? Lässt du uns dann über deiner Basin checken? Ja. Ihr faulen Säcke wollen nicht mitlaufen. Ja. Korrekt. Hm. Obwohl, warum? Du kannst da landen. Wir holen schon ein Buggy ab. Weil dann ein Helikriff. Hm. Die ist aber schon gelootet. Denkst du, weißt du, oder haust du? Allai, ich weiß das. Wollt ihr abschmecken? Kennen soll man? Ja, dann go, ne? Ja. Hoch aber. Ich versuch dann jetzt zu landen, oder? Ja. Dann nur 10 Autos in der Garage und hol den Flug ab. Du bist da durch? Bitte? Bist du durch? Also das Auto hol ich nicht ab. Ich lande jetzt hier mit dem Flug. Hier willst du landen? Ja. Ja, das könnte ich auch machen. Also wo? Auf ne großen grünen Wiese am besten, ne? Jetzt mit dem Platz hab ich nicht so. Mit Höhenmeter haben wir noch? Aber wir sind echt ein bisschen frier-joggt hier. Auf geht's da nicht auf dem Windrad, ey. Liegt da mal Sinn aber gut aus. Ich kann da schon was gerendert sehen. Ja, wenn's auf dem Windrad anladen ist, dann würde ich da drin bleiben, alter. Ach, da kommt Pearl Harbor angeflogen. Haha. Ach, da kommt Pearl Harbor angeflogen. Aber das ist egal. Liegen auf jeden Fall Staff. Dann hol mal die zum Mister weg. Weg runter und mach dich abknallen. Ja, mach dich weg. Ich baue das. Ja, mega. Setz dich am besten hin. Ja, fressen frei hätte ich's, alter. Aber du guckst ja letztig, guck auf Klammern. Wird jetzt mal versuchen, da beim Industrie auf diesem relativ großen Handelplatz zu rennen. Oh, nix. Oh, nix total. Oh, nix total. Du wirst jetzt mal gekommen. Wie wäre ein Polnama raus? Ja. Naja, also nicht. Feier. Ja. Wo ist denn rein? Abwarten will ich Dann geh schon mal weg hier Tristan Nein geh weg, wenn du fliegst um uns rein Geh, lass draufschießen, komm Kevin, guck mal Was lacht ich? Wir salutieren vor deinem Absturz Dann lande doch auf, wie lange brauchst du dir denn immer? Was soll das? Weißt schon, was ich hier mache gerade, oder? Du versuchst abzustürzen, oder? Nein Den finde ich so aus, seitdem du landest Okay Okay, okay Oh man Komm wir gehen nicht zu da fluten Komm, die hebst du noch?